und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge fordert für in der letzten folge und vor allem gerne angelegt dass wir auch gleich weitermachen ich bin kurz zwischen den folgen die rüstung weggebracht habe ich die rüste weggebracht und das ding hier noch mal verbessert ich jetzt mehr ich weiß es nicht auf jeden fall machen jetzt ihre request weiter und dann legen wir uns mit den gang in der medica bay an es nicht so gut wie es zu haben es nicht so gut ist es nicht so gut ist es nicht so gut ist ich glaube die Frage ist ob du es all für dich selbst oder wenn du das alles zusammenfassst ich bin eigentlich dann ist es Zeit du hast diese rüste nachher du bist du sehr schönes zu passen von meiner Freundin Dinge brauchen sich zu schicken über hier ein paar Leute, die wenigstens mit dem Kopf haben morons, alle sie Wo bin ich jetzt hier? Hallo? Das ist alles sehr sympathisch. Ich glaube, es ist alles gut. Ich glaube, es ist das Worte zu sagen. Das ist nicht Wasser unter der Brücke. Ja, ich dachte, es war etwas viel dicker. Und er war richtig, als es ist. So, warum nicht das gleiche zu mir? Ich habe immer du, Audrey. Ich konnte es nicht sein. Aber das ist nicht die Sache. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es jetzt sehen. Aber wenn wir zusammenarbeiten, meine Freundin hier ist gekommen. Sie ist ziemlich gut. Ich glaube, es ist nicht sicher. Ich glaube, es ist gut. Ihr Freund kann kommen. Die zwei von Ihnen können mich an der alten Summer Estate treffen. Es ist Zeit, zu wissen, einmal und für alle, was der Geschichte Vater left uns. Es ist etwas, Frau. Ich bin sehr sympathisch. So, was hast du gemacht, Frau? Siehst du, noch zu schießen? Siehst du, noch zu schießen? Ja. Aber nicht im Intensiv. Heute sind sie nur meine Hand. Und du? Oh, das selbe. Oh, das selbe. Sie haben immer noch eine bessere Mousetrap, wie du es magst, so zu nennen. Und hast du viele Mäste mit dieser Kontraktion von deiner? Ich habe genug. Nach wie vor, alle sehr sympathisch. So, was sonst was für ein Gebäude hier? Hey. Du bist mit den Minute-Mänen? Weil, wenn so, habe ich einen Einfinger-Salut und ich werde ihn mit deinem Namen auf uns. Ähm, ja, ich bin ziemlich M. Ja. Und ich habe den Menschen's problem mit den Minutemen. Sie sind ein buncher liars und crooks. Das ist mein Problem. Hm. Was ist passiert? Was haben sie gemacht? Das ist nicht was sie gemacht. Das ist was sie nicht gemacht. Wenn sie mich für eine Artiläre haben, sie sagten, ich habe eine Woche mit einem Tag. Sie haben sie gesagt, ich würde die Farbe auf jeden Tag und Nacht. Das ist was General Becker sagte, Tag und Nacht. Ja, Bekka ist dead. Ja, Bekka ist gone, by the way. Okay. Ah. Ihr habt alle keinen Dialog? Ja, bin dabei. Deine Cesar Kerze bezeichnen finde ich übrigens hart. Hm. Obwohl, kommt so an. Hat er die Königung eingereicht? Wahrscheinlich mich. Äh, dieses Gebäude ist übrigens sehr nach, äh, einem anderen Gebäude aus. Oh, Plasma Flower. Wait, what? Also, ich weiß, es gibt Plasma Kanonen, aber... oder Plasma Rifles, aber Plasma Flower? Oh, shit, das ist wirklich Plasma Flower. Nice. Ich weiß nicht, ob das Ding was nützt. Ist das hier nicht einfach Copy & Paste von dem einen Gebäude in Concord? Das sieht sehr nach Copy & Paste davon aus. Ist das Workers Haus und Concord? Ne, das Workers Haus ist was anderes. Ist doch nur ein Gebäude und Concord, das genau so aussieht wie das hier. Ah, ich rede wieder zu wenig. So, wieder raus hier. Und dann, ich rede erstmal mit euch. Du hast nichts zu sagen. Du auch nicht. Hey. Hey. Niemand hier etwas zu erzählen. Ihr seid alle Sturz langweilig. Hier will ich nie reden. Bounty Board. Johnny Friendly. Ja, try me. Können wir direkt Dürttkommst? Ja. 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 bis dabei nicht also hat die presse das mal ein paar jagen in diese wohl wegen pass mal ausprobiert ich will bei gar nicht unbedingt in nahkampf gehen ist nicht immer eine gute idee ich bin ich werde es trotzdem versuchen ich muss die richtung nein du oh die sind beide jetzt dabei das ist ein bisschen ich habe die nämlich keine rüstung ich würde auch keine geben also so ist es nicht okay lass mal hier reingehen und man und zwar mit garen prügeln wirklich noch nicht drin wir haben vorbeigekommen als ich so komplett umgegangen bin sind es ist auf jeden fall eine location wir haben ob es ja noch kein kreis mit radern gehabt und wir kommen diese lobby auch nicht bekannt vor also schätze ich mal die antwort ist ja wir waren noch nicht das macht der mit sagt ja man damit schon ich hatte mit schon sie haben schon mit hat laser das ist nicht gut genau aber es ist keine schlimmen deutlich schlimmere von das sollte uns das war ein normaler die tatsächlich sind die sollte uns mit die gefährlichsten gegnern im spiel vor allem die erst selbst was sollte uns die machen hat unfassbar viel damit wir haben auch keine klauen die haben klingen sie können sich selbst also die können halt sie können sich taten und sind dann ziemlich ziemlich tödlich wo sind die gegner kommen wir haben wir den hier den haben wir hier mit ich schätze mal die muss aufgeräumt werden ich meine die so oder so aufgeräumt weil ich die combat armor haben will von denen weil ich hoffe dass einer von den vielleicht eine schwere an hat vielleicht deren anführer oder so obwohl wir nicht schwere combat armor haben will dann sollte ich eigentlich nach quincey unten gehen und sie wird ja auch wenn er das ein bisschen schießen jetzt jetzt ja ja okay er macht schon viel damage aber der rüstung schade wie den combat armor ich brauche ich nicht hier habe ich ja schon ich habe radio wieso höre ich das nicht alles habe ich gedreht hier habe ich nicht hey das cover kenne ich tatsächlich nicht ich hoffe das würde ich gekriegt ich meine sind cover es sollte eigentlich nicht gekriegt werden so was finden wir den hier noch waren das schon alle das bin ich das waren alle da war das ein bisschen ich mag das lied und das cover mag ich ja auch sowieso ist von euch kommt schon hier müssen wir noch mehr sein ist meckere band irgendetwas ist ja auch furchtbar schiff gegangen nehmen heute hier ich weiß auch nicht ob das vorkriegsschiff gelaufen oder nachtschiff gelaufen ist und es gibt es schon zu ende war das ist sehr sammeln würdig aber für fucks sake diese beschissene durchsage ist der grund warum ich das ganze zeit nicht benutze weil er jedes mal dieselbe viel zu lange ansprache über kommunismus hält es ist diese amerikanische antikommunismus programm die aber viel zu lang geht und viel zu oft spielt ich glaube das ist der ausgang den wir schon gefunden haben auf der brücke die knappe es nervt ja ich weiß das ist schön authentisch zeitgemäß trotzdem es nervt hat zur musik bitte hey das ding ist gut da krieg ich ein paar sachen raus die ich brauche da ist kreber ich weiß immer gut ich glaube aluminium habe ich mittlerweile mehr als genug da 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 ja ich glaube soll man auch versuchen hier hoch zu gehen und das schiff noch mal zu markieren mittlerweile sollte das besser funktionieren als beim letzten mal andererseits haben wir noch so viel hier unten auf dem kompass dass wir noch nicht angeguckt haben was ist zum beispiel wo wird uns eigentlich ihre mission jetzt hin andere bürtsch escorts summer estate wo ist summer estate da oben das ist nicht so weit tatsächlich der kabel hin es ist aber auch nicht so nah habe ich gehofft bitte hier ist doch irgendetwas religiöses hier ist vor allem noch ein raider camp oh es ist eine high school du hättest einen langen nacken da würde ich mal zum beispiel praktiker gehen medical center metro ach komm lass mal reingehen die sind hier auch äh garner drin oder guhle ich glaube es werden guhle könnt ihr in den kommentaren äh kommentieren was ihr glaubt was wir finden werden natürlich werde ich es auch noch jetzt erfahren aber ok ich muss ja so offensichtlich nach fallen ausschau halten ja nett mission ok ist ein garner oder raider er ist ein raider hast du dich lange auf den beinen gelten dafür dass ich dir ein naja kein feuerstrahl oder ein plasma strahl mitten in die fresse gehalten habe mitten in die fresse gehalten ab macht euch die augen auf nicht dass ich das gesehen hätte aber ne wenn es mir nicht passiert kann ich mich lustig machen so aber aufmachen bitte na komm dann schlüsse fängt mal so einfach wer wenn man lockt die kleure kinderinnen so einfach hier geht es nicht runter aber hier geht es wahrscheinlich runter ein hat mit lampe mitten in das hallo das macht jetzt nicht so viel dämlich wie ich gehofft habe hey wo ging so fliege fieger ist echt gut wenn ich zielen muss ich glaube nicht dass du da gesetze für machen kannst wer war das wer hat das geschmissen habt ihr eine falle ausgelöst huch attack dog heavy dog armor und einen dog hamlet ich habe einen dog hamlet glaube ich schon mhm hi ja ich gehe auch lieber hier durch ich glaube das hier ist nicht wirklich von hinten ne ich glaube dafür muss ich hier durch ähm ist hier irgendwas oder interesse wahrscheinlich nicht hallo wer macht hier drinnen feuer und warum interessant einfach brauchbaren schrott ein bisschen brauchbaren schrott ich gehe den vernünftigen weg statt direkt aufs Tor zu laufen du bist nicht paranoid ich bin wirklich hier und ich komme dich holen so was haben wir hier noch alles haben wir noch irgendwas für interesse geht nicht so aus das hier scheint nur nur Witzenterminal zu sein äh Schloss irgendwie betreffle ich es siehste und schon habe ich nicht dafür gepaid so das Tilt ist weg hier ist noch Kleber das ist jetzt auch weg ich habe doch vorhin einen äh Fläumewerfer gefunden oder nicht in dem Krankenhaus ja hier ich brauche ich den links nicht nehmen den äh Plasmawerfer das hier ist genauso gut Hallo hier geht es auch nicht mehr gut da unten hier steht ja perfekt ooooh Hi er war ob wir holen so durch deine kollegen hinten anschließen wir haben euch beiden da siehst du sofort kann ich heute nehmen wieder habe ich immer wieder das sind nicht die ausmöglichkeiten so die brotig dass kommt zu haben das kann zu haben das kann sagen das ganze abend die plasmus nicht das können zu haben doch auch das können haben das ganze haben und das kannst du haben das kann haben das ganze haben warum habe ich das dabei wie im dinge zu allem und jeder aber ich möchte auch wieder haben und kriegen so ich habe jetzt nicht wirklich zugehört würde service reifen konvertiert in was zu was jetzt hoch was finden wir denn hier oben noch die flammenwerfer ist da erstens und dann wasser bibi die bieten kleid school jetzt sind ja auch in der high school bin ich gar nicht reingegangen naja gewisse dort durch aber erst in der nächsten folge vielen dank fürs zusehen und bis zur nächsten beurte bei